Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist eine normal Unranked Runde, fand sie aber trotzdem nice, weil ich habe da glaube ich elf Kills gemacht. Also bin aber am Ende trotzdem wieder mal an Zone gestorben. Also naja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Ciao, ciao. Döner, mach's schöner. Döner, mach's schöner. Döner, mach's weer, mach's dice. Hier habe ich Spaß. Ja. Oh, geil. Das war noch die Münze. Äh, Medaille. Bitte nicht, bitte nicht. Schau mir zu. Keine Ahnung. Erzähl deinen Freunden, aber spenden lass es. Ich meine, ich bin nicht undankbar, wenn man mir dann doch was spenden, aber, ähm, weiß ich, ich mag, also ich bin, ich bin, für Unterhaltung bin ich da. Da unten ist noch einer, da ist der andere und der andere war gerade irgendwo dort hinten. Habe ich da gerade rumlaufen sehen. Problem ist, ich muss genau auf die Seite, da drüben, da läuft, da wo der eine gerade läuft, da ist die nächste Zone, nächste Zone. Und er weiß es noch nicht mehr wahrscheinlich. Chill cracked, der ist in der Zone cracked. Er hat jetzt einen Snipe auf mich verfehlt, das ist, äh, da drüben. Ah, fuck, Digga, ich habe das eine Medkit jetzt nicht mit aufgesammelt. Scheiße, 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 scheiße. Ich kann nix bauen. Ja, danke für das Follow. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Also da oben ist der eine, der andere wird da hinten sein. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, wo alle sind. Moment, das ist ein Sniper. Dieser blöde Wichser. Ohne, ich sterbe immer an Zone. Junge, oh, es ist so geisteskrank. Ich sterbe immer an Zone, ey. Aber die Zone war auch echt kacke, Digga, das muss man ehrlich sagen, Alter. Ich hätte mich einfach rübertapen sollen. Und dann hätte ich die Runde gewonnen. Und dann hätte ich die Runde gewonnen. Hier sind die Runde des Windhofest. Vielen Dank.